Der Markt verlangt eine einfache, robuste und performante Maschine. Wir möchten Ihnen heute den besten Zerkleinerer vorstellen, den BST 2000 von Alreco. Bei der Entwicklung des BST 2000 haben wir uns auf die besten Komponenten konzentriert und alles weggelassen, was keinen Nutzen hat. Die Maschine verfügt wahlweise über zwei Torque-Motoren mit je 176 kW Antriebsleistung und über die Boost-Funktionen stehen bis zu 500 kW Leistung zur Verfügung. Der wassergekühlte High-Torque-Antrieb kommt ohne Riemen und ohne Getriebe aus. Durch den Vollmaterial-Rotor speichern wir kinetische Energie, die die Maschine noch effizienter macht. Einfach wechselbare Körbe erleichtern das Handling im Umgang mit der Maschine. Der BST ist erhältlich mit Körben von 10 bis 100 Millimetern. Zwei unabhängig voneinander arbeitende Nachdruckeinrichtungen sorgen für den maximalen Durchsatz. Die Nachdruckeinrichtung funktioniert voll elektrisch. Wir brauchen für den normalen Betrieb der Maschine keine Hydraulik. Die lastabhängige Nachdruckeinrichtung garantiert die maximale Performance der Antriebsmotoren. Für Wartungs- und Servicezwecke kann die Nachdruckeinrichtung vollständig aus dem Zerkleinerungsraum geschwenkt werden. Durch das supermoderne Antriebskonzept brauchen wir weder Riemenscheibe noch Getriebe, um die Kraft effizient auf die Zerkleinerungswalze zu bringen. Die Walzendrehzahl ist stufenlos bis 350 Umdrehungen regelbar. Zu jeder eingestellten Drehzahl steht das volle Drehmoment zur Verfügung. Das Granulatorschneidwerk des BST 2000 ist extrem robust und durch den hohen Messerabstand störstoffunempfindlich und effizient. Die Maschine zerkleinert Monofraktionen einstufig direkt auf Zielformgröße. Das neue Antriebskonzept ist darauf ausgelegt, maximal viel Material mit möglichst wenig Energie zu produzieren. Der neue BST 2000 Zerkleinerer ist getreu dem Alreco-Motto komplett durchdacht. Sie hat diese Maschine auf Toppen essere genação. Das war die Maschine, dort die Maschine muss aber immer wieder ge sei. Die Maschine wird in dem Motorradierung von Augen aufgelenbeiden. Vielen Dank.